Hi, also wie es im Titel beschrieben ist, ist es ein kleines Infovideo zur Abstimmung, die ich eigentlich seit letztem Video gestartet hatte. Das Video kam am Montag raus und die Abstimmung läuft dafür, ob ich ein weiteres Let's Play machen soll oder nicht. Also nur auf Minecraft konzentrieren. Oder wenn ich eins neu machen soll, dann Spore oder Anno 2070. Die Anno-Reihe sollte eigentlich jeder von euch kennen und Spore ist etwas unbekannter, aber auch genauso ein lustiges Spiel. Wer keins der beiden kennt oder nur eins der beiden nicht kennt, informiert euch. Beide Spiele sind definitiv gut. Und ja, die Abstimmung läuft noch bis Freitag, den 13.01. Also schnell abstimmen für die paar, die mich anschauen. Und deswegen habe ich auch das Video gemacht, weil ich mir denke, es sind relativ wenige Zuschauer, das sollte es eigentlich reichen in zwei Tagen. Inklusive Freitag wohlgemerkt. Ich zähle also am Samstag die Stimmen und nehme dann am besten auch gleich am Samstag dann auf. Ja, die Abstimmung ist dann jetzt in dieses Video gelegt, also schreibt es hier drunter. Ich werde auch in die Beschreibung nochmal das reinschreiben, hier abstimmen. Und ja, das war es eigentlich. Noch eine kleine Nebeninformation. Bei Minecraft der Backpack-Mod funktioniert jetzt auch. Ja, das heißt wir können ab der nächsten Aufnahme dann mit Backpack-Mod spielen. Also dann, bis zum nächsten Mal.